Wir sind hier im Kurs «Anschlaf an Lasten». Dieser Kurs ist zweiteilig aufgebaut. Es gibt einen Theorie-Teil, in dem man den Teilnehmer erklärt, was wir hier alles für Kräfte haben, was wir alles für Vorschriften haben. Dann gehen wir ins Praktische, wo man das theoretisch in der Praxis anwendet und schauen, ob das funktioniert. Der Kurs richtet sich alle Personen, die Lasten an Kräne anschließen oder befestigen, damit die Lasten transportiert werden können. Der Kurs «Anschlaf an Lasten» lässt sich beliebig kombinieren. Sie können das kombinieren mit Nothilfe, Ladungssicherung, ARV und alles, was das anbietet. Mein Highlight des Kurses ist, wenn ich morgen die Leute sehe, weil sie eigentlich nicht so motiviert herkommen und am Abend doch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Hast du da? Hast du da? Hast du und sein жal ת leuur? Hast du aufger?